Ich bin Merli Joschka, ich spiele die Binnie Baumann in der Serie Binnie und der Geist und ich bin Johannes Hallerforn, ich spiele den Mädchen. Wir drehen beim Kloster Korin und heute ist ein ritterliches Rollenspielfest im mittelalterlichen Stil. Da laufen wir durch und sind, also ich zumindest, sehr begeistert. Da gibt es auch Hühner und ein Pferd und viele Ritter. Viele spannende Stände. Was ich noch Neues an Binnie entdeckt habe, außer dass sie sehr mutig und neugierig ist, ist, dass sie auch sehr viele Einfälle hat. Sie ist wirklich kreativ und schnell im Kopf. Ich glaube, dass die Teamarbeit zwischen Merli Joschka und Binnie immer schneller und besser funktioniert. Mit jeder Folge. Es ist eine wahnsinnige Teamarbeit. Merli Joschka ist Merli Joschka. Da brauche ich dazu nichts zu sagen. Es sind auf jeden Fall wieder ganz viele neue spannende Folgen. Und ja, also ich würde mich auch auf jeden Fall auf die Kaufhaus-Folge freuen. Es wird spannend. Sehr spannend. Und ja, also ich würde mich auch auf die Kaufhaus-Folge-Folge-Folge-Folge. Und ja, also ich würde mich auch auf die Kaufhaus-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge. Und ja, also ich würde mich auch auf die Kaufhaus-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge-Folge.